Hallo zusammen, schön, dass ihr meinen Kanal wieder eingeschaltet habt, ich freue mich. Heute möchte ich euch wieder mal mitnehmen, Europa-Park, der Eingangsbereich, Gang durch die Deutsche Allee, Italien und Frankreich. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, auf bald, Martin! Ich bin froh und heute, ich möchte euch wiederholfen, die deutsche Allee in Italien und Frankreich wiederholfen. Ich hoffe, ihr habt es bald bald. Martin! So, was ist das? Ich glaube, ihr habt es bald bald. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist der Ort, das ist nur ausschließlich die Jungs. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.